Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute wieder was von Baby Born für euch, nämlich diesen flauschigen Baby Born Bademantel. Krümelmonster, was machst du denn hier? Wie bitte? Du musst natürlich erstmal den Schnuller herausnehmen, sonst versteht dich keiner. Ja, wieso hast du denn den Bademantel von Baby Born an? Baby Born? Wer soll das sein? Na Baby Born, die Puppe. Die kennst du doch. Ach so. Ne. Das ist mein Weihnachtskostüm. Dein Weihnachtskostüm? Ne, das ist wirklich der Bademantel von Baby Born. Ach so. Da habe ich mich vergräuft. Ach, du hast dich vergriffen? Na, was möchtest du denn? Ich will euch was sagen. Du willst uns was sagen? Du, Krümelmonster, in den Baby Born Bademantel? Nein, ich Krümelmonster im Weihnachtsmann-Outfit. Ah, okay. Also, Krümelmonster im Weihnachtsmann-Outfit möchte uns was sagen. Was möchtest du uns denn sagen? Ich wünsche euch frohe Weihnacht und ein guter Rutsch ins neue Jahr. Ah, das wünschen wir dir auch, Krümelmonster. Noch was? Und wenn ihr Kekse bekommt, dann möchte ich die haben. Ah, Kekse. Naja, Krümelmonster, den Kindern musst du doch die Kekse lassen. Ich will alle Kekse. Alle Kekse dieser Welt. Zu Weihnachten. Naja, wir werden dir auf jeden Fall hin und wieder auch nochmal ein paar Kekse geben. Ähm, aber zu viele Kekse darfst du nun wirklich nicht essen. Aber danke, dass du uns frohe Weihnachten wünschst und einen guten Rutsch. Kekse! 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 Ich habe jetzt mal Krümelmonster, den Schnuller von Baby Born, in den Mund gesteckt, damit er mal Ruhe gibt. Ansonsten verliert er völlig den Verstand wegen den ganzen Keksen, die es zu Weihnachten gibt. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nicht nur Krümelmonster, sondern das gesamte Spiel mit mir Team. Ihr werdet auch in nächster Zeit, also auch um Weihnachten und zwischen Weihnachten und Silvester, Videos von uns sehen. Wir freuen uns natürlich auch auf ganz, ganz viele Videos im nächsten Jahr. Also, bis dann! Tschüss!